Kurz gesagt, Terrors. Der Boss wird immer ein Viertel nach dem anderen unpassierbar machen, mit einem großen Frontal, sieht also dann am Ende so aus und in diesen Flächen können wir nicht mehr drin stehen, das heißt, wenn der Boss das schafft und wir ihn nicht da umkriegen, wipen wir, Soft Enrage. Grundausstellung ist, die Milis klar am Boss, die Tanks auch am Boss, Milis, in das Loch könnt ihr reinfallen, liebe Dämonenjäger, habe ich ausprobiert für euch. Die Rant ist relativ weit hinten, Heals in der Mitte, einfach damit wir ein paar Flächen nach hinten belten können, erkläre ich jetzt nicht weiter, werdet ihr im Raid sehen. Andere große Mechanik ist ein Soak-Kreis, wo alle rein müssen, außer die, die einen gelben Pfeil über dem Kopf haben, die stellen sich rechts und links jeweils drei in einer Linie vom Boss aus gesehen, auf, wenn die Fläche fertig ist, ihr euch bewegen könnt, ohne dass die Fläche hinter euch ist, einfach rauslaufen, da spawnen kurz danach so Erdpillar, so Säulen, die werden von den Tanks mit dem Frontal, das ist ein dicker Laser, da darf keiner drinstehen, gecleart, weil die pulsierenden Schaden machen und machen halt beim Zerstören auch ziemlich viel Schaden, deshalb drei auf einmal und dann drei das zweite Mal. Ja, das war's, kurz gesagt, ich hab was.